Yo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Wir sind jetzt schon bei Tag 5 von Minecraft erklärt und wisst ihr was einfach absolut krass ist? Wir haben immer noch kein Haus. Darum kümmern wir uns aber heute. Wir bauen ein modernes, cooles, kleines Starterhaus. Endlich in Folge 5. Ja eigentlich ist das das erste was man macht, aber wir haben ja lieber Diamanten gesucht und Hunde gefangen und was auch immer alles. Was ich auch gemacht habe ist tatsächlich Quarz gefarmt, denn wir wollen ja ein bisschen was aus Quarz bauen und da habe ich ziemlich viele Level bekommen. Ich bin schon Level 45 und das bedeutet wir müssen langsam mal verzaubern. Das war ja in der letzten Folge glaube ich ein bisschen ätzend da mit den ganzen Kühen, dass die so langsam nur sich vermehrt haben. Aber das habe ich jetzt auch gemacht. Hat zwar noch mal eine Stunde gedauert oder sowas, aber wir haben jetzt genug Bücherregale und das bedeutet wir können verzaubern und das werden wir jetzt auch als allererstes erstmal machen. Und dann bauen wir wie gesagt das Haus. Ja wir platzieren jetzt hier erstmal noch die restlichen Bücherregale quasi. Machen wir da noch eins hin und da noch und jetzt müssen wir eigentlich auf Level 30 verzaubern können. Können wir das? Ja können wir, okay gut. So und ich zeige euch jetzt mal einen coolen Trick und zwar sieht man ja immer hier was auf jeden Fall auf dem Buch jetzt in diesem Fall wäre. Das will ich aber nicht haben und normalerweise wenn ich das jetzt wieder dahin lege kommt da halt immer dasselbe. Und jetzt gucken wir nämlich erstmal mit allen möglichen verschiedenen Sachen die wir verzaubern wollen, was man da bekommen würde. Hier zum Beispiel Unbreaking, das wäre ganz okay. Banner für Arthrobat ist ja nicht so geil. Unbreaking, Drachen der Schaufel, naja. Ja und okay Unbreaking, also das Wichtigste was wir haben wollen ist auf jeden Fall auf der Spitzhacke Glück. Und dementsprechend verzaubern wir jetzt erstmal irgendwas. Zum Beispiel dieses Buch hier. Die erste Verzauberung, ja sehr gut. Und jetzt ist nämlich das Resetted worden, was man da bekommt und ihr seht schon jetzt kann man da andere Sachen bekommen. Zum Beispiel jetzt hier Sweeping Edge, was wir aber auch nicht unbedingt wollen. Power 4 wäre okay. Smite 4 wäre nicht so geil. Unbreaking 3 wieder. Und auch Unbreaking 3, okay dann nehmen wir glaube ich den Bogen mit Power 4, das kann man auf jeden Fall machen. Und mit Flamme, richtig gut, nice. So und jetzt ist das wieder Resetted und so kann man jetzt halt die ganze Zeit gucken, bis man halt das hat, was man möchte. Also in diesem Fall jetzt auf jeden Fall Glück. Aber wir haben hier irgendwie nicht so viel Glück gerade. Ich glaube ich nehme Unbreaking auf dem Buch nochmal, das kann man nämlich immer mal gebrauchen. Jetzt haben wir hier wieder Smite. Fortune auf der, okay auf der Schaufel Schaufel. Oh, aber auch auf der Spitzhacke. Fortune 3, okay genau das wollten wir. Und da tun wir uns jetzt auch. Und wir haben direkt richtig nice Verzauberung. Efficiency, Fortune 3 und Unbreaking 3. Das ist natürlich perfekt. So, was kriegen wir dann noch hier? Schwert wieder nicht so geil. Ja, okay Schaufel nehmen wir mal mit. Auch gut geworden. Jetzt das Schwert vielleicht nochmal auf Scharfenes 3, nicht so geil. Luck of the Sea könnte man. Ne, lieber nicht. Nehme ich lieber nicht. Ich mache mal Unbreaking einfach. Das kriegen wir jetzt. Looting 3, das können wir auch nehmen. Das ist auch ziemlich gut. Und Smite, okay. Aber wir haben jetzt verzaubert. Und das wollte ich sowieso die ganze Zeit mal machen. Und wir haben jetzt einfach eine richtig gute Spitzhacke. Das bedeutet, wir können jetzt auch Diamanten farmen. Und kriegen dann bis zu viermal so viele Diamanten raus. Das ist natürlich richtig insane. Und jetzt würde ich aber lieber erstmal noch eine Runde schlafen, bevor wir hier weitermachen. Wobei ich kann eigentlich oben auch schon mal ein Bett hinbauen. Denn ich habe jetzt in der Zeit, wo ich auf die Kühe gewartet habe, quasi, habe ich auch ein bisschen was gefarmt. Zum Beispiel Holz und auch rote Wolle. Denn ich will ein bisschen roten Teppich auf jeden Fall mit in dem Haus haben. Und von dem roten Teppich oder von der roten Wolle nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal drei. Und bauen uns damit ein Bett. Dann glaube ich auch Holz. Ja, hier. Ach, ich muss auch noch das... Ah, den Sand muss ich auch noch brennen hier. Ah, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Kohle dafür reicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, mehr Kohle hatte ich. Na, cool. Aber wir können gleich mal unten gucken eigentlich. Ich glaube, ich gucke jetzt mal unten. Wir können eh noch nicht schlafen. Ob wir dann noch Kohle haben. Und dann können wir nämlich endlich das Haus anfangen. Wir müssen nicht mehr hier in diesem komischen Erdloch hier wohnen. Das ist natürlich auch ein krasses Upgrade. So, hier ist Essen drin. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Und hier noch mehr Kohle. Ne, krass, okay. Und ich nehme schon mal zwei Türen davon mit. Und wir machen natürlich eine fette Doppeltür. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das Quarz, was ich habe, reicht. Weil, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, drei Stacks und nochmal sieben oder acht oder sowas. Ähm, ich will natürlich nicht alles aus Quarz bauen, aber ich, ja, ich glaube, es wird knapp. Aber wir können ja mal gucken. Zur Not muss ich halt nochmal in die Hölle gehen und kann das dann aber rausschneiden. Keine Sorge. Das müsst ihr euch nicht antun. Wir kümmern uns jetzt in dieser Folge vor allem ums Häuschen. Und damit werden wir jetzt auch anfangen. Erstmal tue ich aber den ganzen coolen Stuff hier schon mal wieder weg. Nicht, dass ich den noch verliere beim Bauen. Nicht, dass ich irgendwie draufgehe oder sowas. Ähm, dann lasse ich auch erstmal weg. So, wir fangen auf jeden Fall an mit Holz. Erstmal. Das nehme ich schon mal alles mit. Und dann ein bisschen Smooth Quarz können wir auch schon direkt mitnehmen. So. Und ein bisschen Glas kann auch nicht schaden. Ähm, wir brauchen erstmal auf jeden Fall auch noch ein bisschen Teppich. Ich kann auch nochmal schnell die Schafe färben. Weil die werden wir zwischendurch dann mal immer, immer mal wieder, meine ich, scheren. Damit wir hier ein bisschen Farbzeug bekommen. Und ich habe einfach keine rote Farbe. Das ist, äh, belastend. So, ich hoffe einfach mal, dass hier, ähm, dass die rote Farbe, die ich jetzt schon habe, reicht. Ich habe so eine ganze Herde nämlich da hinten, wo die Kühe sind. Habe ich einfach rot gefärbt. Ähm, so, auf jeden Fall. Was wir auch noch brauchen, sind Halbsteine. So, brauchen wir hier von Halbsteine ziemlich viele. Hiervon brauchen wir ein paar. Und dann brauchen wir auch noch, ähm, Fässer. Fässer brauchen wir auch noch. So, und zwar mache ich dafür mal nochmal drei Fässer, glaube ich, waren das. Ich habe mir nämlich schon mal das Haus gebaut, damit ich ungefähr weiß, wie ich das hier mache. Ähm, einfach damit ich jetzt nicht hier überlegen muss. Das würde nämlich viel zu lange dauern, denke ich. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. So, ähm, ich mache hier erstmal noch ein bisschen was weg. Das Haus soll so halb in der Erde sein. Das finde ich eigentlich immer richtig cool. Auch gerade bei modernen Häusern, dass man so ein bisschen, ja, sehr bodenständig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. So, und ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal die Stufen hin. Und hier kommen dann die, hier kommt erstmal Boden hin. Und dagegen lehne ich mal die Fässer. Und dann hat man hier nämlich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen extra Lagerraum quasi. Und auf dieser Seite mache ich dann wieder ein Holzblock hin, denke ich. Und dahinter geht es nach oben mit Holz. Aber dann nehmen wir das normale Holz. Hier das hier. Ähm, normalerweise würde ich nämlich dunkles Holz lieber nehmen, weil ich das viel cooler finde. Aber wir haben ja hier die Bücherregale und die sind ja leider in derselben Farbe wie hier das normale Holz. Dementsprechend müssen wir hier das normale Holz nehmen. Damit umrande ich das jetzt hier einmal quasi. So, und dann kommt hier nämlich, ähm, oder wobei, die lasse ich glaube ich erstmal, ah, wobei, jetzt habe ich es schon geplaced, so. Ähm, hier kommen nämlich Fenster hin, so ein, ein hohes Fenster quasi. Und das geht dann hier runter. So, dann hier einmal drumherum. Zack, zack, zack. Und dann, achso, der muss ja auch wieder weg natürlich. So, und hier außen müssen wir uns dann irgendwas überlegen. Vielleicht mache ich da einfach Falltüren ran oder so. Das sieht eigentlich auch immer ganz cool aus. So, wenn wir das soweit haben, dann können wir eigentlich schon mal wieder zum Crafting Table laufen und uns hier nämlich ein bisschen Fensterglas machen. Also hier Scheiben meine ich. So, denn die können wir nämlich hier schon mal hinstellen. So, dann haben wir nämlich schon fast einen ganzen Raum fertig. Wird wie gesagt kein so großes Haus. Aber auf jeden Fall so, dass es für alles reicht, was wir erstmal vorhaben. Was wir dann noch machen, ist hier oben Halbsteine hinzutun. Das sieht nämlich von unten so aus, als wäre das halt eine ganz normale Decke, eben aus Holz. Aber hat dann auch noch gleichzeitig diesen coolen Effekt, dass man halt noch diesen extra halben Stein hat. Und dann hier noch so ein bisschen höher. Ist eigentlich ganz cool. Gefällt mir soweit ganz gut. Und was wir natürlich auch noch machen, oder brauchen, sind Lichter. Und dafür habe ich mich mal für Laternen entschieden. Dann zeige ich euch mal kurz, wie man die Craft hat. Und so mache ich mal hier fünf Stück oder sowas. Erstmal brauchen wir dafür Eisen Nuggets. Wir machen so, indem man halt einfach eine Eisenbarrenner hinlegt. Und dann machen wir diese im Kreis. Und in die Mitte kommt eine Fackel. Und dann haben wir hier so diese coolen Laternen. Davon stelle ich schon mal eine hier vorne hin einfach, denke ich. So, okay. Da kann man nur so rauf springen mit Shift gedrückt. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus für den Anfang. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen von dem Video. Das Haus ist soweit fertig. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Nein, natürlich Spaß. Das war jetzt der erste Raum. Wir wollen aber noch mehr Räume bauen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein bisschen was weg. Hier kommt jetzt nämlich noch mehr Mauer hin. Und zwar machen wir die diesmal aus Quarz. Und zwar aus Smooth Quarz. Dafür müsst ihr einfach Quarz, wenn ihr die Blöcke habt, nochmal in den Ofen packen. Und dann kommt da im Endeffekt Smooth Quarz raus. Und ihr seht schon, also das ist unser kompletter Vorrat hier. Damit müssen wir jetzt irgendwie zurechtkommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Was wir auf jeden Fall machen, ist hier erstmal eine Säule hin. Dazwischen kommt dann gleich Glas. Und dann kommt hier noch eine Säule. So, die mache ich erstmal drei hoch. Die werden später aber noch ein bisschen höher. Und hier mache ich einfach nochmal einen Block hin. So, hier auch nochmal. Und daneben kommt noch eine Säule. Also muss ich hier noch mehr Blöcke wegmachen. So, 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 so. Hier kommt dann noch eine Säule hin. Dann müsste das erstmal von den Säulen auf jeden Fall reichen. So. Dann platziere ich da nochmal ein bisschen Blöcke. Und was wir dann hier machen. Hier soll ich später nach unten gehen. Und da soll dann halt, keine Ahnung was, irgendwie eine Mine oder ein Lager oder sowas. Dann machen wir da nochmal eine Säule hin. Und diese Säule können wir eigentlich schon mal verbinden. Und zwar müsste ich dann da oben nur nochmal drauf kommen. So, zack. Und die soll dann nämlich hier einmal rüber gehen. So, natürlich ganz sparsam mit dem Quarz. Man kennt ihn ja. Wir haben ja leider nicht so viel. Und dann machen wir nämlich hier wieder so ein Holzelement hin. Das hier dann quasi noch ein Raum ist. Das werden wir jetzt als nächstes in den Angriff nehmen. Das habe ich mir überlegt, könnte so eine Küche werden. Und dann ist sie halt auf diesem Level, dass man dann so auf diese Ebene guckt. Das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. So. Dann machen wir dann hier erstmal ein paar Blöcke weg. Und eigentlich kann ich schon die Schafe... Ich glaube, ich schere schon mal die Schafe einmal. Damit wir später dann genug Wolle haben. Und die können sich dann ja in der Zeit hier wieder Wolle anfressen. Solange ich hier baue. Bei einem Schwarzwolle brauchen wir gar nicht so viel. Aber halt ein bisschen. Ich glaube, das müsste eigentlich sogar schon reichen. So, ich will nämlich so Vorhänge machen mit Bannern. Und dafür brauche ich halt Schwarzwolle. So. Jetzt haben wir... Ach, ich muss auch noch Cleanstone machen. Da brauchen wir dafür Cobblestone. Und wir brauchen echt mehr Kohle, unbedingt. Ich glaube, ich mache hier mal Holzkohle in dem Bein nochmal. So. Und dann habe ich hier irgendwo... Ja, ich habe hier noch zwei Kohle. Okay. Benutze ich dann erstmal für hier ein bisschen Steine. So. Also hier kommt dann auf jeden Fall die Küche hin. So werden wir davor... Also wir werden hier so den Eingang machen. Dafür brauche ich auch wieder was anderes. Also es ist ja entspannt hier gerade. Ist ja alles noch craften. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sowas halt lieber offscreen machen sollte. Also dieses ganze Craften von den Sachen. Oder ob ich die halt lieber tatsächlich zeige. Weil es ja auch eigentlich dazu gehört. So. Und man ja jetzt zum Beispiel lernt, wie man Konkrete macht. So. Ich mache mal zwei davon. Das ist jetzt so eine Art, ja wie sagt man Beton oder sowas oder Zement. Und wenn man da jetzt... Also normalerweise sieht das Ganze so aus. Ein bisschen wie Sand, nur halt in schwarz. Wenn man jetzt aber Wasser dazu macht, dann wird es halt zu so einem richtigen schwarzen Block. Und ich will in der Küche so ein gemustertes... So ein gemustertes Boden haben, wie so ein Schachbrett. Und dafür nehme ich halt gerne diese schwarzen Blöcke hier. Und dann halt Quarz. Und dann mache ich meistens einfach so einen Turm. Die fallen nämlich auch runter, die Blöcke eben wie Sand. Dann kann ich nämlich den untersten immer abbauen. So. Und dann fallen die runter. Und man kann sie dann ganz entspannt farmen. Ist eigentlich eine ganz coole Taktik so. Ähm. Wenn wir das geschafft haben, was jetzt der Fall ist, dann können wir damit auch nach oben. Wobei hier irgendwo müsste noch einer liegen. Das war noch 16, oder nicht? Ähm. Entschuldigung, das war noch safe 16. Ist eine andere hingetrieben? Ja, okay. Gut. So, dann können wir weiter machen. Dann brauchen wir natürlich auch noch den Quarz dafür. Und dann geht das weiter mit der Küche. So. Den machen wir hier hin. Und dann kommt hier halt so ein... Wie nennt man das? So eine Theke. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Theke Tresen. Theke Tresen kann man glaube ich gut sagen. Und da kommt dann so Küchensachen dahinter und so weiter und so weiter. Ich glaube man kennt den. Ich glaube ich platziere da erstmal provisorisch erstmal ein bisschen Cobblestone. Oder wobei ich könnte das hier auch schon nehmen. Und wir haben ja bestimmt Kohle. Ja, weil... Dann können wir das hier nämlich weiter brennen. Wenn man nämlich Cleanstone... Oder den normalen Stein brennt, dann bekommt man halt diese coolen Cleanstone Sachen. Die ich meistens für Küchen benutze tatsächlich. Ich habe auch übrigens schon zwei Tutorials zur Küche gemacht. Falls euch das interessiert. Ich mach da jetzt erstmal wieder einen Block hin. Hier vorne kommen dann auch erstmal wieder Blöcke. So, zack, zack, zack. Hier nochmal lang. Und da werde ich dann später so ein bisschen Teppich hinlegen. Das war so die Idee. Deswegen brauchen wir eben den Teppich. So, und dann geht man hier rein. Und hier sollen dann erstmal ein paar Utensilien sein, die man so braucht halt. In der Küche so Öfen und sowas. Man kennt ihn glaube ich. Und dann soll halt hier so ein gemustertes... So ein gemusterter Boden hin. Und ich weiß nicht, mach ich den noch einen weiter. Ich glaub... Ah, oder reicht das schon? Wir gucken uns das gleich mal an. So. Wenn ich jetzt nämlich genug Steine habe... Ja, vier, ich brauch fünf. So, perfekt. Super. Den können wir nämlich hier schon mal zwei hinmachen. Und dann hier nochmal drei hinmachen. Und so groß soll der im Endeffekt die Küche sein. Daneben kommt dann halt wieder so einer hier. So, zack. Und die sind auch wieder verbunden. So. Jetzt sieht das Ganze bis jetzt schon mal so aus. Was man natürlich auch noch machen könnte. Ja, wobei. Da oben kommt ja Glas hin. Also das lassen wir erstmal noch offen. Aber so weit sind wir schon mal. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und hier machen wir dann genau dasselbe wie hier quasi. Das bedeutet, wir machen hier diesmal noch ein Holzding hin. Und dann schnappen wir uns wieder die Halbständer davon. Und verbinden die so auf dieser Höhe miteinander. So. Und das Ganze wird dann insgesamt halt genauso im Endeffekt im Stil wie dieser Raum hier. Das bedeutet, wir machen hier drei, vier. Also einen muss ich noch nie wegmachen. Zack, 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 zack. Und legen das dann hier einmal drumherum. Dann bis zu diesem hier. Dann machen wir auf dieser Ebene wieder Holz. Und können dann da wieder ein Fenster reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sogar ein bisschen zu groß finde als Fenster. Ich glaube, ich mache das Ganze noch ein weniger. Also ein weniger lang quasi. Das wäre nämlich sonst ein bisschen zu viel, denke ich. Wenn wir hier so viel, also so eine große Fläche haben. Das soll ja im Endeffekt nur ein Starterhaus sein. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das hier lang. Und das sieht schon, denke ich, viel besser aus. Dann können wir hier nämlich hier wieder Gras hinstellen. Oder halt kein Gras, aber Dirt. Das wird ja irgendwann Gras. Dann kann man hier nämlich ganz cool Sachen schon mal anbauen. Irgendwie Gräser und so weiter. Das sieht immer richtig cool aus, wenn man das dann so auf Augenhöhe sieht. Weil wir würden ja jetzt hier drinnen so stehen. Und dann haben wir hier die Gräser quasi auf Augenhöhe. Das ist nämlich so eine Perspektive, die man in Minecraft relativ selten hat, finde ich. Die aber ziemlich cool ist, auf jeden Fall. Dementsprechend sollte man das auch auf jeden Fall hin und wieder mal machen. Gerade so bei modernen Häusern. Ich finde, so die Moderne zeichnet sich so in Minecraft zumindest ein bisschen da auch aus tatsächlich. Oder dadurch aus, dass man halt so ein bisschen zum Einklang mit der Natur ist. Man kennt das ja, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, in Minecraft der Baustil Modern ist meistens so irgendwie eckig und kantig halt. Weiß, schwarz, grau, vielleicht Holz. Und dann aber so richtig auf Öko angelehnt. Mit allem möglichen Öko-Zeugs noch dazu. Und das haben wir halt in diesem Haus dann im Endeffekt auch. Was wir dann schon mal machen können. Ich glaube, ich habe hier sogar irgendwo noch Zäune. Jawohl. Brauchen wir nämlich jetzt auch. So mache ich dann nämlich immer auf diese Küchenzeilen so. Okay, jetzt habe ich zweimal daneben geklickt. Super. Dann mache ich mal so Zäune rauf. Dann kann man nämlich da oben so eine Reihe Halbsteine entlanglegen. Das sieht dann halt so aus, als wäre da oben nochmal irgendwie Platz für was auch immer halt. Für irgendwelche coolen Sachen. So, was wir hier machen. Hier drauf kommen nämlich gleich Blöcke. Das bedeutet, wir sehen das hier nicht. Und weil wir jetzt ziemlich wenig Quarz haben, mache ich da mal kein Muster hin. Sondern wir machen da einfach ganz normale Holzblöcke hin. Weil wie gesagt, das sieht man gleich halt sowieso nicht mehr. So, und was wir dann noch machen, ist natürlich hier, zack, die Kiste hin. Und unten in der Kiste sieht man natürlich immer noch ein bisschen was. Deswegen ist da auch noch was ausgelegt. Aber hier kommen nachher halt, wie gesagt, Öfen einfach hin. Und da sieht man sowieso nichts. Und dementsprechend brauchen wir da auch nichts hin tun, denke ich. Wobei wir da tatsächlich auch nochmal das letzte Bücherregal hinstellen könnten. Weil Kochbücher und sowas, ne? Macht ja Sinn, dass wir auch sowas haben. Stell ich mal da hin, glaube ich. Und dann können wir nämlich hier schon auch Fenster reinsetzen. Dann haben wir die Küche auch schon mal soweit fertig. Wobei hier natürlich auch noch das Dach fehlt. Zack, dann machen wir auch nochmal schnell. Und ich finde das halt ziemlich cool, dass man so diesen Effekt hat. So zweieinhalb. Also ich habe nämlich früher immer Häuser immer grundsätzlich drei Blöcke hochgebaut. Aber ich finde so hin und wieder zweieinhalb Blöcke machen halt auch was her. Und gerade auch, weil das hier halt sowieso so hohe Decken hat. Kann man das, denke ich, hin und wieder mal machen. So. Was wir dann hier machen, ist noch mehr von diesem Zeug hier. Und hier kommt dann, das ist alles so viel hier. Ich kann ja mal was in die Kiste hier packen eigentlich, was ich nicht mehr so viel brauche. So. Was wir denn hier hin machen, ist wieder Quarz. So, machen wir da eine vierbreite Quarzwand quasi hin. So. Wobei, ich glaube, ich mache hier noch einen weiter. Also fünf breite insgesamt. Und auch erstmal so hoch, wie die anderen hier sind. So. Und die sollen dann später der Eingang sein. Das bedeutet, hier mache ich, glaube ich, doch nochmal die hier weg. Und mache da Quarz hin vielleicht. Mal gucken, wie das aussieht. Und irgendwo hatte ich noch Türen. Hab ich jetzt hier reingepackt? Nee. Ich habe extra von unten Türen mitgebracht. Und, ah, hier sind sie drin. So. Dann können wir die nämlich schon mal hin platzieren. Dann haben wir hier schon mal den Haupteingang quasi. Darüber mache ich dann noch eine Reihe Blöcke. Und dann können wir hier irgendwie ein Bild hinhängen oder sowas. Und hier kommt dann... Oh, haba da. Und hier kommt dann noch ein bisschen Boden hin. Und was wir hier hin machen, ist dann noch ein Raum. Und zwar wird das dann hier so... Ja, wie sagt man, so ein kleines Schlafzimmer halt. Das machen wir dann insgesamt bis hier vorne, würde ich sagen. Wobei ich dann hier erstmal alles wegmache, weil wir hier sowieso hinbauen müssen. So. Ähm, hier oben können wir das aber schon wieder verbinden. Das Ganze sieht eigentlich ziemlich nice aus bisher. Und ich glaube, wir kommen sogar mit dem Quarz ganz gut hin. Ich glaube, wir haben sogar zu viel Quarz. Ui. Ist ja auch mal schön, wenn man zu viel von etwas hat. So, ähm, wie mache ich das jetzt? Ähm, ich würde sagen, wir machen das Ganze. Ähm, die hier machen wir einen weiter nach vorne. Auf jeden Fall. Das bedeutet, hier überall noch bis davor. Das hier höher. So. Dann machen wir den hier nochmal weg. Nur aus Versehen da. Und da oben wieder einen hin. Und den können wir nämlich mit ganz normalem Holz hier entlang gehen. Und dann bis hier, würde ich sagen. Und hier machen wir dann nochmal sowas ähnliches. Wobei ich im Schlafzimmer so Fenster irgendwie ein bisschen komisch finde. Deswegen baue ich das hier einfach zu. Und dann können wir hier nämlich ganz entspannt eine Decke hin machen. Und dann haben wir hier so ein Schlafzimmer, wo man nicht unbedingt reingucken kann direkt. Deswegen kommen da auch später noch ein paar Vorhänge hin quasi. Also hier sollen halt die Banner hin, die ich, wofür ich schwarze Wolle brauche. Dann machen wir da noch ein bisschen Boden rein. Und jetzt können wir eigentlich schon mal den Teppich uns schnappen. Der noch nicht zum Teppich geworden ist. Aber den machen wir jetzt zum Teppich. So, das müsste erstmal reichen. Dann können wir nämlich hier erstmal ganz entspannt einen kleinen Teppich reinlegen. Und dann machen wir hier nochmal einen hin. Würde ich sagen. So in etwa. Ja, man könnte ihn noch größer machen. Aber ich glaube, ich lasse es mal so. Und dann kommt hier Betten hin. Das können wir auch nochmal schnell craften. Hier zwei Stück. Zack. Zwei Betten. Und dann machen wir auch schon mal direkt ein paar Möbel dahin. So. Dann machen wir die und der und der und der und da. So, ein bisschen sortieren hier. Hier mache ich dann die beiden Betten hin. So in etwa. Dann mache ich hier einfach so einen kleinen Schrank hin. Oder was heißt Schrank? So einen kleinen Abstell... Abstelldings. Bums irgendwie. Da stellen wir eine Laterne drauf. Und dann machen wir da oben die Banner hin. Habe ich die schwarze Wolle? Ja, ich habe die schwarze Wolle. Ne, ist das? Ach, das ist nicht die schwarze Wolle. Okay. Wo haben wir die schwarze Wolle hingetan? Jetzt geht das gesuche... Wir brauchen noch unbedingt ein Lager. Das wird auf jeden Fall demnächst kommen. So. Dann machen wir hier nämlich mal ein paar Banner. Die sind auch ziemlich einfach zu machen. Aber nicht mit Konkret. Sondern so. Und dann brauchen wir noch zwei rote Banner dafür. So, weil rot und schwarz sind meistens die Farben, die ich so in Minecraft benutze. Deswegen... Aber ihr könnt benutzen, was ihr möchtet, wenn ihr das hier nachbaut. Ihr könnt natürlich auch andere Baumaterialien und so benutzen. Das denke ich klar. So, und in die Mitte kommt der. Dann haben wir hier so ein bisschen... Hier ein... Ja, moin. Ich wollte gerade sagen, dann hat man hier so ein bisschen... so Privatsphäre im Bett und dann kommt hier einfach so ein... So ein Villager-Trader rein. Was kannst du denn? Okay, das sind nicht so tolle Preise. Irgendwie. Ne. Da weiß ich nicht. Ich könnte ihn auch killen und die Lamas behalten eigentlich. Soll ich das mal machen? Wir haben jetzt ein neues Schwert. Ähm... Das ich hier irgendwann getan... Ach nee, das hat Sweeping Edge, oder? Nee, Looting. Okay, dann kann ich den echt killen. So, dann hauen wir den mal kurz. Wo ist er denn hingegangen? Da. So, jetzt... Hier, das hast du davon, dass du bei mir einbrichst. So, jetzt sind die Lamas zwar böse auf mich, aber das hat sich irgendwann erledigt. Solange baue ich hier nochmal ein bisschen weiter. Das ist Lama hier auch böse auf mich. Ihr guckt, das ist schon lieb zu mir. Super. Ja, das hat wahrscheinlich nicht gesehen, wie ich... Oh, guck, das spuckt mich ab. Okay. Ich brauche noch ganze Glasblöcke. Die müssen hier auch irgendwo noch drin sein. Hier zumindest ist schon mal was. Hier auch. Und da können wir eigentlich wieder Kohle reintun. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Kohle. So, das nächste, was wir machen, ist eigentlich schon das Dach. Da muss nämlich auch nochmal ein bisschen was gemacht werden. Und ich weiß gar nicht, muss ich weglaufen von denen? Ich glaube, ich muss einmal ganz weit weglaufen. Oder aus der Sichtweite zumindest von dem Vieh. Und dann hört es nämlich damit auf. Ich glaube, es mache ich mal schnell. So, ich bin jetzt wieder da. Und das Lama hier greift mich zwar nicht an. Aber irgendwie das andere Lama ist weg. Keine Ahnung. Ich finde es nicht wieder. Jetzt haben wir immerhin einen Lama. Das ist schon mal ein Anfang. Und immerhin zwei Laien. Und das ist ziemlich cool. Damit können wir nämlich später auch Füchse fangen. Und ich würde sagen, das Lama hier ketten wir erstmal irgendwann. Bevor es wegläuft. Was es schon tut. So, komm mal mit hier. Dann bauen wir nämlich das Dach mal fertig. So, wo bringe ich denn das am besten hin? Ich glaube, ich binde das einfach hier irgendwo an. So, zu den Hunden mit. Da wird es schon passen. So, wir müssen da rauf. Das bedeutet, wir nehmen mal schnell ein bisschen Dirt. Und bauen uns hier hoch. Was wir dann auch noch machen können, ist uns normales Holz zu holen. Was ich glaube, ich alles drin habe. Ne, brauche ich das normale Holz? Überall. Ich habe das noch niemals alles verbaut. Niemals. Oder doch. Ne, okay, ist noch ein bisschen was. Wir machen Knöpfe. Und mit diesen Knöpfen lege ich hier nämlich ein paar Blöcke hin. Denn, das sieht cool aus. Das hat keinen anderen. Also, theoretisch spawnt hier jetzt auch nichts mehr. Aber so, eigentlich hat das keinen Grund, so wirklich. Ähm, was wir jetzt hier oben machen, ist Dirt hin platzieren. Und ich möchte eigentlich, dass der Dirt auch mit... Da ist das andere. Nice. Das können wir dann auch nochmal schnell fangen. Ähm. Ich möchte eigentlich, dass da oben halt auch Gras ist. Und dementsprechend möchte ich... Oder muss man da so eine Dirt... Ähm. Straße hin bauen. Quasi, damit das Gras halt einmal nach oben wachsen kann. Weil dann haben wir so ein grünes Dach. So ein begrüntes Dach. Das ist immer ziemlich cool. So. Zweites... Zweites Kamel hier. Zweites Lama. Ähm. Ja, das machen wir jetzt hier einmal schnell überall. Damit wir hier schon mal... Das so nebenbei machen können. So. Und hier oben soll das nämlich auch hin. Bedeutet hier auch wieder. Zack. Denn soll hier so eine Fläche halt hinkommen, wo dann halt so ein paar Blumen wachsen können. Mehr oder weniger. Und das Ganze dann umrandet von Quarz. So ungefähr. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Das bedeutet hier. So. Dann umranden wir das einmal schnell mit Quarz. Zack, 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 zack. Und machen dann hier wieder so eine Straße nach unten. Damit das Gras da auch hoch wachsen kann. Man könnte das Ganze auch mit einer Silk-Touch-Spitzhacke oder mit einer Schaufel würde das auch gehen. Aber ich habe keine verzaubert. Ich könnte mal gucken, ob wir einen Verzauberungstisch für eine Eisenschaufel da was kriegen. Ne, Unbreaking, okay. Also wenn man Behutsamkeit hat, dann kann man auch Gras so abbauen. Aber die habe ich jetzt leider noch nicht, die Verzauberung. Und deswegen müssen wir das auf die altmodische Art quasi machen und hier halt einfach abwarten. So, was wir jetzt aber machen, ist das Ganze hier nochmal ein höher bauen. Hier nicht. So, aber hier dieser mittlere Teil, der wird nochmal ein höher gebaut. Hier vorne auch. Und ich glaube, das Quarz reicht sogar. Also es ist gar nicht so teuer, theoretisch das hier zu bauen. Vom Quarz her zumindest. So. Und was wir jetzt machen, ist hier nochmal zwei Reihen Quarz. So, reicht das? Oh mein Gott. Sag mir nicht, einer fehlt. Das wäre ja witzig, ne? Wenn ein einziger Quarz-Fack fehlte. Ja, oder fehlen würde. Aber ich habe noch einen Stack. Ja, das reicht ja locker. Also man braucht ein bisschen mehr als zwei Stacks tatsächlich für das ganze Haus. Weil ich glaube, ich habe alles gebaut mit Quarz, was wir bauen mussten. So, was wir jetzt brauchen, ist Glas. Das bauen wir nämlich hier hin. So, zack. Dann haben wir nämlich so ein Glasdach hier, was auch ein richtig cooler Effekt ist. Und es wird sogar gerade dunkel. Das bedeutet, wir können gleich mal gucken, ob das hier auch alles schön ausgeleuchtet ist. Und ich habe auch noch die Knöpfe, die können wir hier auch nochmal hin platzieren. So. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr nicht zwischendurch nochmal so einen macht. Also am besten sucht ihr euch eine Richtung aus, wie halt alle Knöpfe bleiben sollen. Und so lasst ihr die dann auch. Zum Beispiel jetzt ich in diesem Fall, in dieser Richtung halt einfach. Weil sonst sieht das irgendwie komisch aus. Oder ihr könnt es natürlich auch durcheinander machen, wenn ihr das cool findet. Und aber ich finde das sieht komisch aus. Und jetzt natürlich die Frage, wollen wir hier oben, damit hier keine Monster spawnen, auch Fackeln hin tun? Oder sieht das doof aus? Ich glaube nicht, dass sieht doof aus. Aber ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem, obwohl es doof aussieht. So bin ich. So, und jetzt können wir mal reingehen und gucken, wo wir hier vielleicht noch was ausleuchten müssten. Also hier am Anfang ist es auf jeden Fall ziemlich dunkel. Und da kann man nämlich, richtig cool, unter Teppich kann man Fackeln stellen. Oder halt alles mögliche, was halt leuchtet. Und dann könnt ihr da einfach Teppich drauflegen. Und dann ist es hier zwar hell, aber man sieht halt die Fackeln nicht. Das bedeutet, die spawnen jetzt nichts, weil es hell genug ist. Aber man sieht die Fackeln gleichzeitig auch nicht. Das machen wir hier auch nochmal. So, haben wir so ein bisschen Undercover-Beleuchtung. Und hier muss natürlich das Glas noch nach oben. Das denke ich klar. So, und eigentlich haben wir soweit alles fertig. Wir müssen das Ganze natürlich nur noch ein bisschen hübscher einrichten. Das machen wir jetzt auch noch. Und zwar schnappen wir uns zuerst einmal hier die coolen Biffen, die wir hier haben. Nämlich drei Stück davon. So, und ich höre hier irgendwo ein Skelett. Wo ist das? Ach, hier vorne ist das. Oh shit, ich habe gar kein Schwert. So, kennen wir das so. Eigentlich wollte ich Knochen haben, weil Knochen sind echt praktisch. Aber man kann nicht alles haben. So, wir stellen jetzt schon mal die Öfen da hin, würde ich sagen. Und zwar machen wir hier zwei Öfen hin. Hier ein. Und ja, okay, ich habe ein zu wenig geholt. So. Haben wir auch noch ein bisschen mehr Glas. Ja, es ist echt ein günstiges Haus tatsächlich. Also ihr seht, ich habe viel mehr Glas und viel mehr Holz und viel mehr Quarz gehabt, als ich eigentlich brauche. Schon mal ein ganz nicer Anfang auf jeden Fall. Was wir auch noch machen können, ist eine kleine Kiste bauen. Und zwar stellen wir die dann, oder ich mache es halt oft so, dass ich halt am Bett noch eine Kiste habe, wo halt die coolen Sachen alle drin sind. So, hier machen wir jetzt mal hier alles mögliche rein einfach. Das schwert nämlich nochmal mit hier. Da spammen wir dann jetzt erstmal alles rein, was wir gerade nicht brauchen zumindest. Weil wir das eventuell brauchen. Und jetzt habe ich noch irgendwo Lehm auf jeden Fall. Da können wir uns nämlich ein paar Pflanzentöpfe machen. Hier ist Lehm, hier ist noch mehr Lehm, genau. Die sind nämlich auch immer ganz cool, wenn man halt einfach dekorieren möchte. Wir brauchen aber auch wieder Kohle. Machen wir das mal hier. Und Eisen können wir uns auch nochmal hier irgendwo schnappen. Ich glaube, ich hatte hier ganz viel Eisen. Okay, ganz viel ist jetzt übertrieben, aber ein bisschen zumindest. Was wir auch noch brauchen ist Cleanstone. Der hier nirgendwo ist. Dann müssen wir den auch nochmal brennen. Ja, nicht so gut verbreitet tatsächlich, aber ich denke, das ist okay. Ach, hier haben wir doch noch Clean, so gut. So, und dann brauche ich noch Holz. Zack. Dann können wir uns nämlich einen Grindstone machen. Ich muss nur kurz überlegen, wie der nochmal ging tatsächlich. Ich glaube, es war so den dazwischen und da unter Holz. Jawohl, das ist schon mal nice. So, dann machen wir uns hier noch ein paar Eisenblöcke und noch mehr Eisen. So, dann können wir uns nämlich hier nochmal So, nochmal ein paar Anvils machen. Zwar brauchen wir davon insgesamt zwei. Das bedeutet, ich muss noch mal was hinmachen. Ich habe das hier ein bisschen falsch gedacht. Naja. Was machen wir denn noch? Was könnte man noch brauchen? Kisten haben wir draußen. Die können wir gleich reinholen. Wobei ich mache einfach nochmal ein paar Kisten. Wir haben ja hier eh genug Holz. So, ich mache nochmal zwei einfach. Dann haben wir das, wir haben 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 das. Laternen haben wir hier irgendwo hinten auch nochmal. Äh, ja, haben wir noch. Dann hänge ich hier nämlich nochmal eine hin einfach. Hier machen wir dann gleich erstmal den Abstieg quasi, wo es nach unten geht. Hier können wir auch noch eine Kiste hin platzieren. So, zack, da machen wir eine hin. Hier machen wir auch noch eine hin. Hier machen wir dann zwei Anvils übereinander. Hier machen wir Grindstone hin. Ähm, hier machen wir zwei Rüstungshalter. Die können wir auch nochmal schnell machen. Wenn ich nochmal hier, zack, mir ein Kohle leihen darf. Dann machen wir so ein paar Halbsteine. So, ähm. Aber damit können wir auch erstmal was machen. Und zwar können wir damit coole Blumentöpfe machen. Hoppala, so. Und mit diesen Blumentöpfen können wir ja irgendwo einen Blumen platzieren. Wer hätte es gedacht? So, ich mach da mal eine Blume hin. Ich mach da eine Blume hin. Ich mach da eine Blume hin. Jetzt, also theoretisch kann man da auch andere Sachen reinstellen. Zum Beispiel Kakteen und Bambus auch. Ähm, ich hab leider weder Kakteen noch Bambus. Das bedeutet, wir stellen da halt einfach Blumen rein. So, noch eine rote Blume irgendwo. Ich will nicht immer die gleichen Blumen tatsächlich benutzen. Ähm, ja wir haben keine Ahnung. Eine andere brauchen wir noch irgendwie weiß oder sowas. Das ist so langweilig, wenn man halt überall dieselben Blumen stehen hat, finde ich. Und dann müssen wir hier unten auf jeden Fall das ganze Zeug mal hochholen. Wir haben echt keine andere Blume. Das ist ja krass. Das ist echt krass. Haben wir hier irgendwo Blumen? Da vorne sind gelbe, die hab ich schon. Ja, okay. Dann stellen wir halt zwei blaue da hin oder sowas. Oder zwei gelbe. Können wir später immer noch ändern, wenn wir Bambus haben oder sowas. Und ich glaub, die beiden da oben mach ich nochmal weg. Sieht nämlich so ein bisschen cooler aus, denke ich. So, dann stellen wir hier eine gelbe Blume hin. Hier eine blaue und hier wieder eine gelbe, würde ich sagen. So, sieht schon mal ganz entspannt aus. Was wir dann noch machen können, sind Bilder. So brauchen wir dafür wieder... Wir holen jetzt erstmal hier ein bisschen Zeug rein auf jeden Fall. Dann muss ich nicht immer hier hin und her laufen. So. Lackt jetzt ein bisschen, weil da so viele Items liegen, aber mal egal in diesem Fall. Spammen wir hier mal, zack, alles rein. So, die brauchen wir gleich. Und dann brauchen wir noch Leder auf jeden Fall. Und wir brauchen Wolle. Dann können wir nämlich Bilderrahmen und Bilder machen. So, zack. Ist das immer schon voll? Ja, okay, fast. Dann bringe ich das erstmal weg. Und mache nebenbei mal ein Bild schon mal. Zack. Das können wir dann nämlich hier hinhängen, würde ich sagen. Sowas hier zum Beispiel. Oder ich will es nicht so groß machen. Ich mache dann mal hier einen Block hin. Das blockiert jetzt nämlich quasi, wie groß das Bild werden kann. Denn die wollen nämlich immer so groß werden, wie sie können. Aber wenn ich da jetzt halt was hinstelle, dann werden sie halt nicht so groß, wie sie können. So, was mache ich denn da mal hin? Ähm. Ach, ich lasse einfach das. Na, wobei. Jetzt gebe ich hier noch coolere Bilder in meinem Text im Pack. Ich mache hier einfach Rakan und Xayah, wenn ich die irgendwann mal kriege. Aber das hätte ich eigentlich behalten können. Oh, ich bin so unkonzentriert. So, jetzt hin wollen wir nicht. Ja, das lasse ich jetzt. So. Ähm. Ja, das tun wir dann hier in Walles reingetan, ne? Das muss natürlich alles noch sortiert werden. Hier kommt auch irgendwann ein Lager hin. Irgendwann in weiter Zukunft. Ähm. Was wir aber auch schnell nochmal machen können, sind hier noch ein paar Leitern. Denn erstmal kann man die immer gebrauchen. Und zweitens wollen wir es ja hier sowieso noch nach unten gehen lassen. So. Dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir das jetzt hier machen. Ich glaube, ich mache dann hier einfach überall Holz hin. So. Zack. Schnappen wir uns das einmal schnell. Dann machen wir hier die hier schon mal weg. Platzieren dafür Holz. Und machen die Leiter wieder nach oben. So. Ich könnte eigentlich auch noch. Ich glaube, ich lasse es so. So sieht es, glaube ich, besser aus. So, was brauchen wir denn noch? Wir müssen hier... Ach, hier. Einen Dingsbums brauchen wir noch. Einen Bilderrahmen. Da können wir uns nämlich Karten machen. Und für eine Karte brauchen wir vier Eisen. Wir brauchen Redstone. Und halt Leder. Aber ich glaube, ich habe kein Leder mehr. Ich glaube, ich habe alles für Bücher benutzt. Aber das wäre wieder ärgerlich. Also Leder ist auf jeden Fall so eine Mangelware hier gerade. Aktuell. Oder war es schon immer auf dem Sauer. Ist mehr oder weniger. Ich meine, so wirklich viel Leder ist hier nicht am Start. So, ich mache hier einfach kaputt. Hier nehmen wir auch nochmal mit nach oben. Und ich würde sagen, hier machen wir dann einfach den Laden dicht. Und hier kommen wir nicht mehr hin. So. Kann ich hier noch was irgendwie mitnehmen? Wir nehmen erstmal alles irgendwie mit. Dann. Ja, bauen wir irgendwie in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall ein Lager. Und nochmal eine richtige Mine von hier nach unten. Ich würde jetzt eigentlich gerne warten, bis hier oben halt das ganze Gras ist. Hier geht es schon los mit dem Gras. Ihr seht schon, das wächst halt so langsam nach oben. Hier wieder nicht so. Aber das ist ja bald. Das ist ja bald getan auf jeden Fall. Ich tue dann mal hier den... Ach nee, warte. Also damit wollte ich ja was craften. Haha. So, das machen wir nochmal schnell. So, und zwar machen wir so. Zack, 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 zack. Dann haben wir einen Kompass. Und dieser Kompass zeigt, glaube ich, immer Richtung Spawn tatsächlich. Können wir mal kurz austesten. So, das bedeutet, in diese Richtung müsste der Spawn sein. Das kommt sogar hin. Tatsächlich. Also ich glaube, da ist tatsächlich der Spawn. Zuckerrohr haben wir auch nicht irgendwie. Wir haben ja gar nichts. Ah, krass. So, Name-Tags haben wir. Wir haben diesen ganzen unnötigen Scheiß. Den haben wir schon. Aber die wichtigen Sachen, so Zuckerrohr und sowas, haben wir noch nicht. Ich gucke mal, ob wir hier was farmen können tatsächlich. Ein bisschen was ist ja hier schon gewachsen. Und obwohl wir hier schon so lange sind, also ich weiß nicht, wie lange die Folge geht tatsächlich, aber auf jeden Fall schon ein bisschen. Und hier wächst ja gar nichts. Jetzt habe ich hier sogar noch das Zuckerrohr kaputt gemacht. So, hier wächst ja echt relativ wenig. Kartoffeln können wir auch nochmal ernten. So. Dann bald steigen wir nämlich um auf vegane Ernährung. Dann haben wir nämlich kein Fleisch mehr. Und ich habe nämlich nicht vor, mehr Viecher zu killen tatsächlich. Was natürlich aber immer noch gut ist, ist Weizen. Dann können wir nämlich die Viecher noch vermehren. Die, die wir noch haben. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Dann können wir nämlich nochmal schnell eine Karte machen. Und uns die hinhängen. Wobei wir halt noch keinen Bilderrahmen dafür haben. So. Und dann zeige ich euch mal, wie eine Karte geht. Also wir brauchen dafür den Kompass nochmal. Und dann brauchen wir halt Papier. Papier machen wir im Kreis einfach. Und dann den Kompass dazwischen. Und dann haben wir eine Karte. Und wenn wir die Karte in die Hand über den Rechtsklick machen, dann kriegen wir eine richtige Karte. Und ihr seht schon, wie das Ganze hier aussieht. Eigentlich schon mal ganz entspannt. Und die würde ich jetzt hier eigentlich gerne hinhängen. Aber. Einmal kein Bilderrahmen. So. Ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt nochmal den Rest, den wir hier haben. Das Bett zum Beispiel. Und hier die Kisten. Und die Öfen. Und die Workbench. Das können wir halt alles später ins Lager packen einfach. Würde ich jetzt so sagen. So. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee für eine Folge, wie man so ein Lager baut. Wir können auch ein automatisches Lager tatsächlich machen. Obwohl ich das eigentlich immer... Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen unnötig, weil... Keine Ahnung. Es dauert halt lange und es ist relativ schwierig zu bauen. Und auch ziemlich ätzend zu bauen tatsächlich. Und es bringt halt nicht so viel. Also so krass ist es nicht. Also das bisschen sortieren kann man halt meistens auch so machen. Und meistens ist es ja schon relativ gut sortiert. Also wenn man jetzt aus einer Höhle kommt zum Beispiel, dann hat man ja meistens nur so Höhlen-Sachen dabei. Und jetzt nicht so unbedingt alles, was es gibt irgendwie. Ja, von daher weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache einfach ein normales Design, was einfach cool aussieht. Ein kleines zumindest. So, dann bringe ich das hier nochmal schnell hier rein. Zack, zack, zack. Alles hier vollmüllen. Ja, schon ziemlich viele Items dafür, dass wir noch nicht so lange spielen tatsächlich. So. Und unten war ja noch mehr, glaube ich. Das haben wir uns natürlich auch noch. Was auch immer hier noch lag. Ja, hier. Eine Crafting Table und eine Schaufel. Eine Steinschaufel. Aber dafür kann man ja mal laufen. So. Und dann will ich gleich nochmal kurz was gucken. Und dann würde ich sagen, reicht das auch schon von der Folge. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr euch schon mal Hashtag Modern in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, wer soweit schaut. Und also ich werde jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. Und zwar werde ich hier das Gras erstmal hochwachsen lassen. Und dann werde ich hier einfach ein paar Gräser hinpflanzen. Und das müsstest, ach, wir können auch noch. Naja, ich weiß noch was. Aber das wäre es dann halt soweit von dem Haus. Denn es ist soweit fertig. Ihr könnt es natürlich aber auch anders einrichten, je nachdem wie ihr möchtet. Aber ich finde es so eigentlich ganz cool. Mit der Aufteilung. So. Machen wir nochmal ein paar davon. Den zurück. Und ich überlege jetzt, dass wir hier einfach nach unten bauen. Nämlich. Und dass wir dann relativ tief nach unten gehen. Und zwar bis hier unten irgendwo. Also bis auf diese Höhe. Hier und hier dann einfach noch einen Ausgang machen. Das bedeutet, dass wir dann irgendwie vom Wasser vielleicht. Also der Fluss geht dann hier weiter. Und dann können wir hier irgendwie so einen Anleger haben. Und da kann man dann anlegen. Und da kann man hier ins Haus rein. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Das werde ich auch, glaube ich, machen. Und wir haben hier draußen diese doofe Optik mit den Bücherregalen. Und da würde ich jetzt einfach so ein Fallchen gegen machen. Das sieht dann schon mal ein bisschen cooler aus. Und dann natürlich hier noch normales Holz hin. So. Das können wir auch nochmal schnell machen. Und dann brauchen wir nochmal schnell einen einzigen Block. Eichenholz. Und daran geht wahrscheinlich der Axt kaputt. Naja, okay. Cool. Naja. Aber das wäre es dann soweit. Ich hoffe, es hat euch eigentlich gefallen soweit. Ich hoffe, das Haus ist cool. Und der eine oder andere baut es vielleicht nach. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.